Und damit heiße ich euch Willkommen zurück zu einer neuen Folge der ADA-Analyse. Leider einen Tag zu spät. Ihr habt ja gesehen, gestern kamen die Folgen erst alle nach elf hoch, meine ich. Deswegen sind es jetzt heute vier Folgen. Leider die ADA-Analyse gestern nicht mehr geschafft. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich kurz auf was eingehen. Heute ist, zumindest für das erste, der letzte D-Begriff. Ich habe jetzt den Düsterwald gewählt. Es gab ja noch ein paar Vorschläge. Es gab zum Beispiel die Dago-Bragulach oder den Dimmhold oder Durin. Darum habe ich die nicht genommen. Das hat verschiedene Gründe. Den Dimmhold bzw. das Dunkle Tor, das gehört nämlich zum Dimmhold, habe ich nicht genommen, weil das zu wenig Inhalt ist. Das wäre quasi nur ein, zwei Sätze. Außerdem kommt der Dimmhold heute kurz indirekt vor, aber dazu später mehr. Und die Dago-Bragulach und Durin habe ich nicht genommen. Aus dem Gegenteil. Durin ist ja ein sehr bekannter Zwerg. Aber es ist halt nicht nur ein Zwerg, nicht nur Durin der Erste, sondern es gibt sieben Durins. Und ich weiß, es wäre ein interessantes Thema gewesen. Auch für mich wäre es ein interessantes Thema gewesen. Aber sieben Durins durchzugehen, auch wenn nicht über alle viel bekannt ist, wäre mir, wenn ich ehrlich bin, zu viel. Und die Dago-Bragulach habe ich sogar mal was vorbereitet, aber dann nicht genommen. Warum? Weil es da ziemlich viele verschiedene Personen, teilweise Fachbegriffe oder Ereignisse gibt, wo dann einfach das Erklären, wenn man jetzt nicht komplett Fachwissen hat, sehr lange dauert, und dass deswegen mir ein wenig zu umständlich war. Deswegen haben wir heute den Düsterwald. Der Düsterwald hat jetzt nicht so viel Inhalt, wie man denken könnte, aber natürlich einigen Inhalt. Ich gehe jetzt beim Düsterwald auf zwei Sachen nicht wirklich ein, sondern nur kurz. Das eine ist die Festung Dol Guldur, weil wir die schon mal hatten. Das andere ist die Ereignisse wegen Turin and Company. Weil die halt auf ihrer Reise zum Erebor nicht nur in Düsterwald durchquert haben, sondern die auch im Auenland waren, auch am Erebor waren, in Bruchtal, in Eskarot und so weiter und so fort. Deswegen nehme ich die beiden Sachen raus. Mir geht es hier nur um den Wald per se. Ich werde in die Videobeschreibung zwei Sachen stellen. Das eine wird ein Link sein. Der Link hat mit der Etymologie zu tun, also mit der Namensgebung. Das ist ziemlich interessant. Und das andere ist etwas kurzes zur Werksgeschichte. Dazu gibt es keinen Link, sondern das werde ich so in die Videobeschreibung schreiben, weil das nicht so lang ist. Okay, der Düsterwald hat mehrere Namen. Der Düsterwald selber, die Sinderin-Übersetzung ist Tauernur-Fuin. Also von denen die Übersetzung ist die Düsterwald. Eine andere bekanntere Sinderin-Übersetzung, wenn man so will, oder Bezeichnung, das benutzen die Waldelben sehr oft, ist Tauern-N-Dael-Dos. Ne, N-Dael-Delos. Das bedeutet übersetzt Wald der großen Furcht. Ein anderer Name ist der Nachtwald. So heißt er in vielen Hobbit-Versionen, also vom Buch. Im Original auf Englisch heißt er Milkwood. Und dann gibt es noch einmal natürlich den Namen der große Grünwald, beziehungsweise grüner Wald, auf Sinderin-Erin-Galen. So hieß der Düsterwald, bevor die Schatten-Sauern zu mir kamen. Und dann gibt es noch den Namen Erin-Las-Galen. Das heißt Wald der grünen Blätter, beziehungsweise Forst der grünen Blätter. Auf die beiden letzten Namen gehe ich später nochmal ein. Ja, der Düsterwald ist im dritten Zeitalter der größte verbleibende Wald im Nordost-Mittelerdes, im Landstrich Hovanion. Er erstreckt sich vom Fluss Anduin bis zum Island und vom Grauen Gebirge zu den braunen Landen. In nord-südlicher Richtung ist er ungefähr 650 Kilometer lang, in ost-westlicher Richtung ungefähr 300 Kilometer Wald. Mit 300 Kilometer breit ist also ein sehr großer Wald. Es fließen zwei Flüsse im Wald. Das eine ist der Waldfluss. Der hat seine Mündung im grauen Gebirge und fließt später in den langen See. Der ist im Norden. Und dann gibt es natürlich noch einen Nebenfluss. Das ist der verzauberte Fluss, den man ja zum Beispiel aus dem Hobbit kennt. Also der Fluss, wo man einschläft, wo man denn was in eine Berührung kommt, wo auch Bombo zum Beispiel einschläft im Hobbit. Der hat die Quelle in den Bergen des Düsterwaldes, auf die ich später nochmal kurz eingehen werde. Denn durch den Wald gehen auch insgesamt zwei Straßen. Es gibt einmal die alte Waldstraße, auf Sindarin heißt die Men-i-Naugrim. Und etwas weiter nördlich die neue Waldstraße, beziehungsweise der Elbenweg. Der führt vom Waldtor zu Tranduetshallen im Osten. Das war auch der Weg, den die Zwerge und Bilbo genommen haben. Die alte Waldstraße war nämlich unbrauchbar, da sie von Gestripp völlig überwuchert war. Und das östliche Ende, also das Ende, was aus dem Wald normalerweise rausführt, mitten in Sümpfung geendet hat. Zwischen den beiden Straßen ist normalerweise der Wald unbewohnt. Warum sage ich normalerweise? Weil natürlich nicht ganz sehr unbewohnt ist. Es gibt natürlich eine Menge Orks, die dazwischen patrouillieren, auf der alten Waldstraße auch teilweise sehr zahlreich sind. Und natürlich die Riesenspinnen. Also die Kinder von Kanker, die man ja auch aus dem Hobbit kennt, sind natürlich sehr zahlreich dort. Im Südwesten des Waldes leben die Waldmenschen. Dort sind auch die Emenu-Fuin. Das sind die Berge des Süßterwalds, wo eben der Versaubterfluss eine Quelle hat und wo in der Nähe Dol Guldur sich befindet. Also die Waldmenschen leben da im Schatten Dol Guldurs. Sind deswegen sehr riskant. Aber schaffen es zu überleben, gewissermaßen. Auf Dol Guldur gehe ich, wie gesagt, jetzt nicht wirklich ein, weil Dol Guldur hatten wir halt schon bei einer eigenen Folge. Weiter südlich, ungefähr auf der Höhe des Schwertelflusses, also der Fluss, der dann auch zu Schwertelfeldern führt. Der ist ja in der Nähe von, also der ist ja in Anduin-Nähe und ich glaube auch in der Nähe vom Düsterwald, verengt sich der Wald. Und der östliche Rand von dort, wo das Ostbuch, ist das Ostbuch bekannt. Und war früher ein Wohnsitz der Nordmenschen, also der Menschen aus Tal zum Beispiel. Ja, an Tieren leben im Düsterwald nicht so viele. Einmal gibt es Hirsche, pechschwarze und perlweiße Hirsche. Die kommen zum Beispiel im Hobbit-Buch vor. Und auch im Film gibt es einen Hirsch, beziehungsweise da gibt es ja die Hirsche eben, ne, Tramdu zum Beispiel reitet ihr einen Hirsch. Dann gibt es schwarze Eichhörnchen. Die kommen auch, würden auch kurz im Buch erwähnt. Die Zwerge, die jagen ein Eichhörnchen, verschwenden ziemlich viele Pfeile und als sie es braten, schmeckt es total scheußlich. Weil halt der Schatten von Doi-Huldo wirklich alle Tiere zumindest ein bisschen verändert. Nicht unbedingt gleich verdirbt, aber er hat halt einen Einfluss auf den kompletten Wald. Dann gibt es in den Baumkronen die Nachtschillerfalter. Das, sorry, fürs Husten. Das erfährt man zum Beispiel als Bilbo die Bäume hochklettert, kurz bevor die Zwerge von den Spinnen gefangen genommen werden, um zu gucken, weil sie ja vom Pfad weggegangen sind, den man ja danach nicht wiederfindet. Und, ähm, um zu gucken, sich zu orientieren, wo es zum Erebor geht. Und natürlich die Riesenspinnen und Federmäuse. Das sind natürlich keine natürlichen Tierarten des Düsterwaldes, aber eben durch den Schatten Doi-Huldoes. Die Spinnen halt auch als Kinder von Kankra sind die natürlich auch hier vertreten. Im Südüsterwald gibt es auch dunkle Tannen mit verrottenden bzw. verdorrten Zweigen. Die Tannen hatten wir ja auch bei Dol Guldur. Im Nordosten leben die Waldelben. Die haben ihren Wohnsitz am Waldfluss. Zu Zeiten des Ringkriegs ist das natürlich das Waldlandreich unter Tranduil. Eigentlich gehörte Tranduil zu Ringkriegszeiten der komplette Düsterwald. Also der komplette Düsterwald gehörte zu seinem Reich. Was aber eben schwierig war, wegen Saurons Lakaien, wegen Dol Guldur. Vor Saurons Niederlassung in Dol Guldur hieß er eben Großer Grünwald oder Eringalen. Eben grüner Wald. Sauron kam ungefähr 1050. Zeitalter nach Dol Guldur. Das hatten wir ja dort. Durch seine Ampli-Seite wurde das Land verdorben. Und immer schlimmer, immer mehr böse Kreaturen, immer mehr eben die Bäume, dass die nicht mehr gewachsen sind, die Tiere sich verändert haben. Dadurch kam dann eben der Name Düsterwald, bzw. eben der Wald der großen Furcht, den wir vorher hatten. Und nach Saurons Vernichtung, nachdem der Ring zerstört war und Dol Guldur geschleift war, gab es ein Treffen zwischen Celeborn und Tranduil. Das war am 6. April 2019. Seitdem gilt übrigens auch dieser Tag als Neujahrstag der Elben, weil Tranduil und Celeborn zu dem Zeitpunkt die einzigen Elbenfürsten waren. War ja nach dem Ringkrieg, der Ladrin und Elrond haben da Mittelerde verlassen gehabt. Und ja, da wurde eben der Düsterwald neu benannt, eben Ering Lasgallen, Wald der Grünblätter, bzw. der Forst der Grünblätter, und aufgeteilt. Das habe ich schon mal kurz erwähnt bei der Dol Guldur-Folge. Was noch interessant ist, dass am westlichen Rand auch für der Altenwaldstraße, also der, den man nicht mehr benutzen konnte im Ringkrieg, Roskowell stand. Also Radagasts Heim. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Nach Aussage von Beorn war das einzig essbare im Wald Nüsse. Also er hat, das sagt er im Hobbit-Buch, er hat den Zwergen auch Pfeil und Bogen mitgegeben, aber er hat halt sehr bezweifelt, dass es irgendwas essbares gibt. Und wie vorher an dem Beispiel des Eichhörnchens gesehen, hat das wohl gestimmt. Ich meine, sie haben später auch einen Hirsch erschossen. Das war bei der Überquerung des verzauerten Flusses, da ist ihm dann Bombo auch in den Fluss gefallen. Aber den Hirsch, den Kadaver, da Bombo in den Fluss gefallen ist, haben sie den nicht mehr bekommen. Und ja, ansonsten, wie war die Aufteilung nach dem Ringkrieg? Die Gebiete im Süden, also da, wo vorher Deuguldur stand zum Beispiel, und bei den Bergen gehörten Sille, also sind Sillebons zugegangen, wurden danach eben bekannt als Ostlorien. Nördlich der Berge, das Gebiet gehörte weiterhin Tranduil, wie vorher, bloß, dass im Vorfeld der komplette Düsterwald gehört hat und danach dann nicht mehr. Und dann gab es halt noch Gebiete dazwischen, wie vorher gesagt, der Düsterwald ist der größte Wald zu der Zeit noch gewesen. Die hat keiner der Elben beansprucht, da hieß es dann einfach, ja, da kann jeder sich ansiedeln, der sich dem zugewandt hat. Und im Viertelzeitalter gab es da dann hauptsächlich die Beorninger und die überlebenden Waldmenschen. Ansonsten bekannte Bewohner des Düsterwalds sind Legolas, Tranduil, Galion und Elros und natürlich Radagast. Äh, der Elros ist nicht zu verwechseln mit, äh, Elrons Bruder, sondern das ist ein anderergleichen Namens. Galion ist ja der Kerkermeister, kommt kurz vor, ähm, Hobbit-Buch, der, der so viel bechert, so viel Wein trinkt, deswegen einschläft und weswegen die Zwergelein mit den Fässern entkommen. Und laut Film gibt es natürlich noch Tauriel und Feren. Feren ist der, der zum Beispiel zu Legolas kommt, um ihn zurückzuholen, der ihm mitteilt, dass Tauriel-Verband ist zum Beispiel und der sonst so ein Berater ist von Tranduil. Wichtige Schlachten gab es zwei im Düsterwald. Das eine war natürlich die Schleifung von Dol Guldur am Ende des Ringkrieges. Das zweite war die Schlacht unter den Bäumen, die im Ringkrieg stattfand. Wie schon bei Dol Guldur gesagt, die, äh, also Kamul, der Nazgul hat mehrere Angriffe geführt. Drei auf Lorien und eben einen auf Tranduilsreich. Und die Schleifung der Bäume war eben der Angriff auf Tranduilsreich, den sie abwehren konnten. Aber ich glaube, das war sehr knapp. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf, dass es da große Waldbrände gab und ich glaube, das war eine sehr knappe Schlacht. Und ja, was sonst noch interessant ist, ist, dass der Wald vor dem Eingang zu dem Fallen der Toten auch Düsterwald heißt. Das ist eben der Dimhold, weil der Dimhold auf roherisch Düsterwald bedeutet. Es ist natürlich nicht derselbe Wald. Ich weiß auch nicht, warum es den gleichen Namen hat. Also ich persönlich muss zugeben, weiß es nicht. Aber es ist interessant zu wissen, dass es da eben auch denselben Namen trägt. Und das war es auch schon wieder. Der Düsterwald selber, es ist halt immer schwierig, da viel zu finden, weil es geht halt de facto nur um die Regionen. Aber ich denke, interessant war es trotzdem. Jetzt schauen wir mal, wie viel Zeit wir gebraucht haben. Ja, knapp eine Viertelstunde. Also beim nächsten Mal fangen wir dann fürs Erste mit dem Buchstaben E an. Wie gesagt, wie schon bei der anderen Buchstaben gesagt, wir können gerne noch aus A, B, C und jetzt eben aus D Begriffe nehmen. Aber eben erst, wenn wir es alphabetisch durch haben. Ähm, davor nicht. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass trotz der Kürze es euch gefallen hat. Leider war ich jetzt wieder, gefühlt zumindest, ein wenig hetzig. Hab ich aber jetzt nicht vorgehabt. Und ja, später kommen dann die ganz normalen heutigen Folgen. Also die Folge PressDog Survivors. Heute normale Länge. Die letzte war halt eine Dreiviertelstunde. Aber da habe ich ja erklärt, warum es eine Dreiviertelstunde war. Also heute normale Länge. Und Age of Conquest 4 und der Headring Online. Und ja, ich würde mich dann freuen, wenn ihr nächsten Montag wieder dabei seid. Wenn die Aderanalyse wir hoffentlich am selben Tag schaffen. Und wir dann eben mit dem Buchstaben E anfangen. Da könnt ihr gerne auch schon mal Vorschläge für sammeln. Da gab es ja einige. Die Ns zum Beispiel, kann ich mich gerade spontan erinnern. War mal interessant. Das war bei B mit Baumhirten. Aber da habe ich gesagt, dass ich es dann bei E mit W Ns nehme. Und es gibt sicher noch mehr. Also mir fällt spontan schon ein bisschen was ein. Aber ich mache ja die Folgen für euch. Deswegen gerne Vorschläge in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr später wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.